hallo wir melden uns wieder zurück wir sind hier im ägypten im hotel titanic beach titanic palace das sind ja zwei hotels zusammen unterwegs mit roller ja wir sind über weihnachten hier ich glaube es ist ein bisschen laut hier ist nämlich einmal fernsehen an die darunter genau und ja wir wollen euch heute einfach mal den hotelrundgang zeigen wir haben einmal bei nacht aufgenommen und wir haben bei tag natürlich aufgenommen so hier drüber das cool und ja das wollen wir euch einfach mal zeigen wie das hier aussieht und wir wollen euch ein fazit geben ist das hotel empfehlenswert würden wir wiederkommen was halten wir davon also ist von uns die empfehlung also gibt auch bestimmt genügend andere menschen diesen anderer meinung um gottes willen ja und das wollen wir euch einfach am ende mitteilen was unser fazit ist von unserem urlaub über weihnachten in ägypten so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020